In Bad Neuenahr-Ahrweiler zermalmt ein Bagger mit riesigem Greifer eine eingesunkene Brücke. Die frühere Fahrbahn ist zum Fluss hin abgeknickt. Gianluca Behinghaus aus Radevorm Wald in Nordrhein-Westfalen hat die Nachtschicht auf dem gelben 42-Tonner übernommen, um den Fluss zu entrümpeln. Warum auch nachts durchgearbeitet wird? Die Ahr muss im Prinzip frei bleiben, damit nicht irgendwelche Teile angespült werden und sich dadurch gegebenenfalls wieder irgendein Damm bildet und das Wasser dann wieder steigt. Große Schuttansammlungen werden entfernt für den Fall, dass sehr viel mehr Wasser käme, dass dann der Durchfluss gewährleistet ist. Sagt Innenminister Ruger-Lewenz von der SPD beim Ortstermin im Katastrophengebiet. Der Rheinpegel sinkt. Das dürfte an der Ahrmündung in Sintzig helfen, dass das Wasser sich nicht staut. Keine Hochwassergefahr also. Aber bei Regen kann erneut Wasser in Straßen und Keller fließen, weil die Kanalisation verstopft ist. Am Oberlauf der Ahr hat man teilweise gerade erst Waldwege als provisorische Zufahrten zu abgeschnittenen Dörfern ausgebaut. Damit diese weiterem Starkregen standhalten, schickt das Technische Hilfswerk mehr Baufahrzeuge ins Tal. Die Staus auf den wenigen intakten Verkehrsadern sind endlos. Es sollten keine weiteren Helfer mehr ins Krisengebiet kommen, bittet die Polizei. Räumfahrzeuge und Rettungsdienste kämen schon kaum noch durch. Am Nachmittag ziehen laut Wetterdienstprognose Gewitter auf. Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter könnte in kurzer Zeit fallen. Allerdings nicht in der Stärke und der räumlichen Ausdehnung wie vor anderthalb Wochen, sagt Innenminister Ruger-Lewenz. Der Krisenstab sei vorbereitet. Dennoch vereinzelt reagieren Bewohner panisch. Man werde nicht das ganze Ahrtal evakuieren müssen, betont Thomas Linnertz, Leiter des Krisenstabs. Dennoch könne es sein, dass vom Nachmittag an in manchen Gebieten die Menschen aufgefordert würden, ihre Häuser zu verlassen. Jeder werde untergebracht. Der Innenminister erläutert die Vorsorge, um die Bevölkerung zu schützen. Wir haben vorbereitet Rückzugsmöglichkeiten, wie wir die Menschen aus dem Gebiet zurücknehmen in sichere Bereiche. Wir haben die entsprechenden Informationen vorbereitet, die dann per Lautsprecherdurchsagen verlesen werden, die auch per Flugblatt verteilt werden können. Betroffene sollten sich über seriöse Quellen, Radio, Fernsehen und Internet informieren und behördliche Warnungen ernst nehmen. Indes versuchen Agitatoren mit Falschmeldungen Misstrauen gegen die Behörden zu schüren und Flutopfer weiter zu verunsichern. Sie werden der sogenannten Querdenker und der rechtsextremen Szene zugeordnet, geben sich teilweise als Betroffene, teilweise als Kümmerer aus. Ich finde es abartig. Sagt die neuen Ahrerin Erika Mies. Polizei und Verfassungsschutz beobachten die Lage. In den Orten des Ahrtals entstehen neue Servicepunkte, wo es neben seriösen Informationen auch ausgedruckte Anträge auf Soforthilfe gibt. Dass THW-Einsatzkräfte vereinzelt beschimpft und ihre Fahrzeuge mit Müll beworfen werden, beklagt Sabine Lackner, Vizepräsidentin des Hilfswerks im RTL-NTV-Fernsehen. Die Attacken, teilweise auch frustrierten Flutopfern zuzurechnen, belasteten ehrenamtliche Helfer in dieser angespannten Lage zusätzlich.